Okay, wir sind Teenage Spirit God und wir sind hier bei Zwede Musik. Wir machen Punkrock Musik, wir sind aus Wien, gegründet 2020. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, das ist das. Mein Name ist Paulus. Mein Name ist Mischa. Ich bin am Bass. Ich sing. Mein Name ist Florin und ich spiele Lead-Gitarre. Ich bin der Gitarrist und mein Name ist Hassan. Ich bin Maurice und ich spiele die Drums. Sehr gut, ich glaube, dann legen wir los gleich mit der Frage. Der schierste Ort Wiens. Zwede Musik. Nein, eigentlich Karlsruhe. Ja, Karlsruhe. Ich glaube auch, ja. Passt, ziehen die nächste Frage. Post, Frage an dich. Nein, 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 nein. Mit welchen Celebrity würdest du gerne mal essen gehen? Robert Smith von The Cure. Ganz klar. Mit wem würdest du gerne mal einen Song aufnehmen oder produzieren? Äh, actually Post Malone, weil der ganze Nirvana-Livestream, den er gemacht hat, ziemlich geil ist und er actually viel drauf hat, auch als Rockmusiker. Ja. Palatschinken oder Apfelstrudel? Puh. Na, Palatschinken. Tschüss. Welche Poste hattest du an den Wänden, als du 13 warst? Als ich 13 war? Gar keine. Nichts? Ah, ich stelle da auch eine Frage. Jetzt nächste Runde, ja? Was war das letzte Konzert, auf dem du warst? Das letzte Konzert? Unser Konzert. Ich glaube, na, ja doch Locked Up Locals. Also ich war dort und wir haben auch so selber gemacht. Also ja, basically das, ja. Und wegen Corona ist es jetzt gerade eh eher weniger. Welche Band oder Künstler, Künstlerin sollte man unbedingt mal gehört haben? Uh, das ist schwierig. Remote Drive. Finde ich sehr gut. Hunde oder Katzen? Ähm, Hunde. Weil Hunde besser sind. Beschreibe dein Leben mit drei Songtiteln. Das ist ein gutes. Eine gute Frage. Kann man skippen? Also, ich weiß es nicht. Ah, okay. Too late. Too late. Ja gut. Und zum Abschluss wollten wir noch announcen, dass am 24. Juli um 0 Uhr in der Früh unsere erste Single rauskommt auf Spotify, Apple Music. und allen anderen Streaming Services. Außerdem folgt uns auf Instagram, at Teenage Spirit God. Und, ähm, stay tuned. Wir announcen ein paar Konzerte, also mindestens ein, zwei Gigs noch diesen Sommer. Also, Teenage Spirit God signing off. Goodbye. Danke sehr. Danke sehr.